80 So, meine Damen und Herren, jetzt zum Seeungeheuer hier, keltische See. Okay. Okay. Ach, du Scheibenklässer, wir haben, wir haben mit dem Ballon hier, alter, was passiert denn hier bitte, wuhu, wo, 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 was geht hier ab, was, hä, alter, wo ist es hier hier, neuer, na komm, 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 nein, ich wollte auf die springen, ja, komm, komm, ich muss hier, glaube ich, hier hoch. Wow, alter, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ah, Monster. Huh. Hä? Ah, okay, jetzt kommt es woanders. Okay, das hat mich jetzt irgendwie verwundert. Das ist ja sowieso jetzt gerade wieder so eine Runde, wo ich überhaupt nicht groß rede, aber das macht mir jetzt nichts aus. Ja, 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 komm, komm, auf den Ball, auf den Ball, auf den Ball. Alter, ja, wo, 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 wo? Was passiert denn hier bitte, es ist doch einfach doch krank, oder? Was sagt ihnen? Dieses Spiel ist doch einfach nur Krank Das ist doch einfach nur geisteskrank Das macht Leute geisteskrank Und die es erstellt haben sind auch geisteskrank Aber es ist ein geiles Spiel Ja komm 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 Krakenhilfe Krakenhilfe Ja 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 Komm Ich glaube einmal müssen wir den noch treffen Komm einmal müssen wir den glaube ich noch Wir haben schon gewonnen Also muss ich schon sagen Die waren davor Viel schwerer die Gegner So und die letzte Aufgabe Ist Ägypten Ägypten ist jetzt unsere letzte Haltestelle und ich würde sagen Sehen wir uns nächstes mal an Das letzte ist ja hier unsere Swings Wenn ihr hier sehen wollt Wen wir da treffen Wenn nicht ein Daumen Schreibt in die Kommentare Ob ihr mehr davon sehen wollt Oder auch nicht Und dann bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao